Ja hallo alle zusammen, ich muss euch leider mitteilen, dass meine Memoria Collectors Edition nicht angekommen ist. Also ihr seht schon hier, Lieferung hat das Logistikzentrum verlassen und zwar am Donnerstag. Jetzt haben wir Samstag. Ich bin sehr frustriert, ich bin Amazon Prime Kunde und eigentlich müsste das Teil schon längst da sein. Ich habe es vor zwei Monaten vorbestellt und man sieht schon Freitag 30. August sollte es kommen, also gestern bis 20 Uhr. Ich habe auch bis 20 Uhr gewartet, habe extra freigenommen wegen dem Mist. Ja und Sendung zugestellt von Hürth nach Siegburg, das ist 5 Kilometer von mir entfernt. Sendung hat das Verteilzentrum verlassen und die Sendung ist seit gestern, morgen wird sie zugestellt. Hallo, was geht ab? Gestern bis 8 Uhr gewartet, es kam nicht an. Jetzt 9.20 Uhr heute, Sanddienstleister hat versucht zuzustellen, wie er hat versucht zuzustellen. Ich bin zu Hause, hallo, hier war niemand. Sendung wird weiter zugestellt, seit kurz vor 10. Jetzt haben wir, wie spät haben wir, ja, wir haben Mittag schon und so wie es aussieht, wird das wohl noch was dauern. Frustrierend. Kann man nichts machen. Bis demnächst, euer Chojin. Warum? Ich sage mal nee. Den Vorsitz. Ich sage mal länger jetzt zeigt euch das Arbeits recruiter. Ich sage mal, das na Minister一. Ich sage mal nichts. Ich sage mal nicht. Bis zum nächsten Mal.